Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Heute steht alles ein Zeichen von Pink. Ja, das da ist der gute Lukas. Er war heute freiwilliges Model. Wir hoffen, wir erleben ihn noch in der Aufnahme, wenn er gleich online kommt. Dann gehen wir mal ein bisschen... Ich hab's zwar gesagt, wir werden heute den Dunk Beetle da tamen, aber der ist zu scheiße, der ist nur in den Caves. Ach ja, genau. Hierchen gibt es heute leider nicht. Das scheiß Fass funktioniert einfach nicht. Und ja, wir haben schon ein Subjekt auserwählt, der heute ein bisschen Farbe bekommt. Und ich denke, er darf ruhig mal Pink tragen. Das wird ihm bestimmt auch stehen. Warte, hau nicht sofort ab. Wo ist Quinn? Äh, hinter. Hier, komm mit. Hier hinten. Der letzte. Ich finde, er braucht einen pinken Sattel. Warte mal. Das ist ja mein Weibchen. Und Frauen mögen doch pinke Sachen, oder? Ja, die meisten. So. Viel schöner. Ja, sieht super aus. Zeig dich doch nochmal für die Aufnahme. Karl, mach dich nackig. Ich versoldiere den Hintern. Den ganz pinken Bauch. Und grüne Streifen am Arsch. Ja. Zeig mal dein Gesicht. Ja. Hübsche rosa Wänkchen. Ah ja, mich muss ich auch nochmal zeigen, weil da hast du ja mich auch noch verunstaltet. Was für verunstaltet? Du siehst mega aus. Ich hab Kriegsnarben. Das passiert, wenn man dem da einen Pinsel gibt. Und dann einfach, das schwingt den einfach ein bisschen. Ach ja, dieser coole weiße Bart, den Schatz, ist ja weg. Schade eigentlich. Warte. Ich muss ja mal ein bisschen gemütliche Puscheln anziehen. Ja, nur noch die Handschellen. Ja. Scheiße, hab ich nicht. Okay. Darf wir hingehen? Ne, ich zieh wieder Metall an. Das sieht cool aus. Das ist hier, ähm, ich brauche noch ein pinkes Gewehr. Das ist ja noch innen. Das ist mir wichtig. Das und das und das. Und komplett einfach, einfach so ein pinker Liebestopp ist das jetzt. Okay. Krass, also. Ich verteile heute ein bisschen Liebe. Also ich bin grün und pink. Ja, du bist langweilig. Ich brauche wieder das Interface. Ich strahle Hoffnung aus. Grün ist doch die Farbe der Hoffnung, oder wie war das? Ich strahle Liebe aus. Und los. Ich bin eh langsamer als du. Ich muss sowieso vorfliegen. Ich muss mich ja noch verstecken. Okay. Ah ja, du bist ja heute der Böse und ich bin ja der Gute, nicht wahr? Ja. Ich bin ja der Admin, der jetzt kommt und denen zu helfen, weil ich will ganz gerne wissen, wer das da ist. Das wissen die noch gar nicht, ihr Glück. Nein. Aber ich glaube, den Flug überspringen wir mit einem kurzen Cut, ne? Hast du auf mich geschossen? Nein, ich habe geklatscht für den Synchronpunkt. Das hat sich angehört. Das hat mich auf mich schief. Okay. Nun, ich bin jedenfalls gleich da, ne? Ja. Darum habe ich gerade geklatscht. Der Kampf, Delo, wird jetzt zum Kampf gerufen. Komm, Delo. Ich glaube, sein Parasaut tötet ihn dann. Ich glaube, ich damage ihn sogar noch ein bisschen. Damit er nichts tötet. Ey, ich werde hier angegriffen. Komm, Delo. Und was? Ey, greift dich dein Vogel an, oder was? Mhm. Also. Aber sein Vogel müsste auch passiv sein. Ey, sein Vogel ist nicht auf... Der geht jetzt da hin, ne? Mit seinen ganzen Tieren. Ich bin gleich da, ne? Ja, scheiße. Okay, ich habe ihn schon mal weggelockt, damit du dann... Okay. Delo, zum Angriff. Er ist weg. Er hat mich nicht gesehen, das ist schon mal gut. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Seht ihr mich? Ah, guck mal. Uhu. Hö, hö. Hier ist der warme Bruder von uns. Geht es irgendwelche Probleme, die ich vielleicht für euch lösen könnte? Ich finde, diese Welt braucht ein bisschen mehr Farbe. Alles aggressiv hier. Ach, scheiße. Ist ja alles disabled. Warte. Huch. Ah! Wer ist das? Weißt du das? Ja, das ist Marx. Okay. Ne, ich sehe ja den Namen nicht von der Entfernung. Ähm, kannst du... Kannst du Quinder wegpacken? Oder... Nein, gut, ja. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Jetzt stelle ich den Dillo auf aggressiv. Dann passt das. Ah, keine Farbe mehr. Komm, Kampf Dillo. Ähm. So, dass das nicht automatisch nachläuft ist, ist ja doof. Und dass es immer wieder irgendwie ausschaltet. Ah, es liegt mich gleich. Wie, wir fähren die ganze Welt pink. Ist doch viel schöner, oder? Etwa nicht? So angreift der los. Sie hat mir Lust. Juhu! Ganz ja, weil sie gleich viel schöner aus. Wenn es nicht so aggressiv ist hier, Mensch. Alle, ihr seid aggressiv. Beruhigt euch doch mal. Ich hab den Dillo getötet. Ist doch voll asozial von euch. Hör mal auf. Der Dillo, der Dillo wollte doch auch nur sein Hobby ausleben. Boah, chill. Wie das, wie sie anhört. Wo bist du? Tapsi, wer ist denn? Tapsi. Tapsi ist denn. Okay. Das braucht ja Farbe ohne Ende, ne? Oh Gott. Oh, ich hab gerade gedacht. Boah. Sieg. Okay. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Ich hab nämlich gerade einen Schuss gehört. Äh, wahrscheinlich jetzt, ähm. Nee, nee. Ich schieße auf, äh, den Manni. Den schieße ich ab. Ah, okay. Ich hab die Hütte gleich pink. Die Tiere, sie rasten gerade voll aus von dem. Wo? Ja, hier in der anderen. Ist doch gleich viel angenehmer hier. Boah, ey. Ich hätte mal ihr Leben. Die reifen mich an. Ich hab nichts gemacht. Ah, den Copplot kann ich nicht pink machen. Ah, den Zaun kann ich noch. Das sieht echt cool aus. Ich komme leider nicht überall dran, wegen diesen blöden Stacheldingern da. Deswegen sind auch nur du Stacheldinger pink. Ja, da komm ich auch dran. Jetzt steht euer roter Airbus im Weg. Ähm, der da mit der Axt ist. Manni. Ja, du musst einfach nur merken, ich bin der mit der Flakrüstung, der ist mit der Fiberrüstung. Ah, fuck. Ich will den betäuben und dann anmalen. Hast du keine erste Betäubungstück bei? Doch, ich hab den gerade getroffen. Und, und, und? Ach, schwer jetzt, den zu treffen, weil der ein bewegliches Ziel ist. What the fuck? Ich treff den nicht. Der ist so beweglich. Warte, ich muss näher ran. So, schläft. Jetzt, äh, 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 äh. Pinsel, 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 Pink, Pink. Halt den am Schlafen. Ja. Aber das ruckelt jetzt wieder ohne Hände. Ich hab keinen Narkotikball. Ja, ich hab keine Pfeile. Oh Gott, wie das am Ruckeln ist, ne? Ich kann ihn nicht schnell anmalen. So, stopp. Warte, warte, ich hab noch Pern, glaub ich, oder? Hab ich noch Perniert, alle? Oh Gott, das ist so hart am Ruckeln. Ja. Wie der aussieht. Mal ihn an. Ähm. So. Er, er verliert Leben dadurch. Ja, ja, ich weiß aber. Fast. So lange, wie ich ihn nicht treten. Mensch, diese rosa Farbe wird ihn gleich viel weniger aggressiv machen. Es funktioniert auch in philippinischen Gefängnissen, wo die rosa Kleidung tragen müssen. Wenn du meinst. Das ist tatsächlich kein Witz. Okay. In einem philippinischen Gefängnis müssen die Insassen pink tragen, weil das angeblich, ähm, die aggressive Stimmung sinkt. Ja, gut. So. Reicht. Was ist denn das für ein Parasaurus, Mann? Kann ich ihn auch anmalen? Wenn er betäubt ist, dann kannst du den Sattel anmalen. Ich kann den anmalen. Warte. Warte, hör auf. Ich mal den gerade pink an. Es geht sogar sehr... Es geht sogar viel, viel besser, weil der nicht so am Ruckeln ist, dann doch. Ey, lass ihn mal los. Lass ihn mal los. Ich fack ihn ins Wasser. Nee, nicht ertrinken. Das ist doof. Ich wollte ihn gerade aus dem Wasser rausziehen, dass er nicht ertrinkt. Und er zieht ihm jetzt ins Wasser rein. King, okay. Pass mal bitte ein bisschen auf mich auf. Den neben dir. Gut. Nein, du bist schlecht, wenn du neben mir stehst. Glaube ich. Okay, da gehe ich. Hey, Lee. Stell dir nicht mal, ob du neben mich oder pass auf mich auf. So. Wo bist du? So. Ich finde, es ist eine viel, viel weniger aggressive Stimmung, nicht wahr? Wenn der Parasaur so pink ist. Komm, der Schwein. Feuerwerk. Kannst du noch ein rosa Schweinchen machen? Feuerwerk. Hannes. Der pinke Hannes. Juhu. Alles pink. Da starten wir die Welt doch viel fröhlicher. Ja. Alles immer so grau und grau und eintönig und so naturell. Ist ja schrecklich. Sollen wir dir das Schwein zum Two-Face machen und nur einseitig pink färben? Ja, komm, machen wir. So. Die eine Seite ist gut und die andere Seite ist böse oder was? Nein, die eine Seite ist pink und die andere Seite ist unzufrieden. Okay. Komm, ich war den ganz pink. So. Die wehren sich. Oh, mir ist gerade mein Pinsel kaputt gegangen. Oh, nein. Ich kann nicht weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Mein Werkzeug ist kaputt. Der braucht, glaube ich, gar nicht zu viel, nicht wahr? Was war das? Fetch, Holz und Fiber, ne? War das Fiber? Fiber, Heid und Fetch. Ach, Heid. Nee, Holz, Holz. Nee, nee. Heid war es, genau. Heid war dabei. Habt ihr Heid? Ja, ich habe 64 Heid. Gib mir mal bitte eins oder zwei. Nee, drei Stück brauchst, glaube ich. Äh, warte, wo? Das ist der gerade Pinsel. Hier, hier. Ah, danke schön. Ähm, bbbb. Verdammt. Mist, da. Na, der Pinsel. Wollt ihr auch einen Pinsel? Ich kann, glaube ich, noch einen Pinsel machen. Könnt ihr mal Licht machen mit einer Fackel oder so? Ich hab hier noch ne Flärgern. Okay, das geht auch. Hauptsache mal seht ihr die Tiere. Ich, brauchen wir auch Farbe auf den Pinsel. Schläft der noch oder ist er weg? Äh, den hab ich gerade aus Versehen getötet. Er ist aufgestanden. Ich hab ihn wieder betäubt. Also, wollte ich ihn betäuben und dann fiel der, äh, tot um. Einfach so. Ah, also. Unfall. Unfall, ja. Excellent. Oh, guck dir mal seine Nase an. Miss Piggy. So. Ich find die sind wunderschön geworden. Könnte auch Merkel sein. Hm. Ja. Wo ist meine Fackel da? Ich brauch mal... Ach, ich hab da auch einer. Ausgerüstet. Ich brauch mal irgendwie so ein besseres Bild. Ah, oh, das ist... Oh, guck mal, was für einen schönen Pink die jetzt leuchten. Dreck, was... Das ist doch was für ein Thumbnail. Alter, das ist ja wunderschön. Das ist so scheiß Mobbing, ey. Ich hab das gestern alles nur mit dem Pinsel angemalt und nicht mal mit der Farbpistole. Das hat so lange gedauert. Ich muss jetzt auch bestimmt denken. Okay. Oh ja, ich muss in der Explosion. Jetzt hier die. Warnung. Der dritt sich einfach nur im Kreis. Meine. Oh ja, das geht's eigentlich. Jetzt hat er irgendwie... Hast du wenigstens dein Zeug eingesammelt und kannst du ihn jetzt in den Inventar legen? Nein. Nee, ich dachte, der hätte das wieder aufgesammelt. Ich hab den nicht angerührt. Ich beklauen. Hab ich den beklaut? Nein. Ich wünsche, ich könnte dir was pinke Sachen anziehen. Das wäre toll. Ja, hier sind seine Sachen. Komm. Ja, nehm die. Pack dem sein Inventar rein. Dann heult er wenigstens nicht und kommt wieder. Gibt's hier noch mehr Häuser? In der Nähe? Ja. Äh, ja. Wo? Ich hab eine Mission zu erfüllen. Warte. Folg mir einfach. Das Ding, da ist ja, ähm, out of business. Äh, ja. Das ist von den Friedenswahlen. Ich weiß. Aber die sind irgendwo unten im Osten. Im Osten oder so. Oh, da ist ja noch was. Ja, mein ich doch. Da hinten und dahinten ist noch der von dem Faker von dir. Es gibt nen Faker. Den müssen wir pink anmalen. Den müssen wir gelb anmalen. Nein. Was ist? Das ist von uns. Was ist das? Das ist von mir. Stopp. Nicht wegfahren. Ich kann das Boot nicht pink anmalen. Verbreite Züge. Ich verbreite hier Liebe, ja? Kannst du das Feuer auch mit anmalen? Pink ist Feuer. Ja? Nein. Ach man. Ich probiere mal kurz mit dem, ähm, Pinsel. Ich muss es noch umbinden in das Boot, warte. Warte, warte. Du musst ja ganz kurz irgendwie nicht sehen. Es geht, es ist pink geworden. Kann ich? Warte. Das Segel? Ja, ich kann das Segel pink anmalen. Ja, das dauert aber. Es leckt halt, ne? Das frisst aber ohne Ende Farbstoff. Boah, das Segel, das, äh, stopft sich das Pinke nur so rein, ey. Hammerhart. Kannst du es nicht mit dieser Sprühpistole, äh? Oh Gott, ich bin kaputt gegangen. Muss ich mal ausprobieren. Nee, ich glaube, das Segel oder das Schiff allgemein, das, äh, ist halt wie so ein, ähm, Dinosaurier. Nee, geht nicht. Ich kann mir aber einfach mal Neues machen. Warte. Weil wir konnten stundenlang den Herr, äh, Lukas anmalen. Okay. Willkommen. Achso, ja, genau. Ich muss hier das Boot anmalen. Das Boot war irgendwie, einmal berühren, war es sofort pink. Das Segel hingegen, das, ich weiß nicht, ich mach einen Strich und einfach mal, meine halbe Farbe ist leer aus dem Pinsel. Das ist das nächste Mal. Feuerwerk. Feuerwerk. Oh, krass. Alter, wie laut das ist, das glaub ich lauter geworden als früher. Ja. Robin spielt mit Feuerwerk. Darf er? Ja, klar, wieso nicht? Kannst du dir die Pistole viel anmalen, dann hast du pinkes Feuerwerk. Nee, leider geht das nicht. Oh, schade. Habe ich schon mal ausprobiert, geht nicht. Was? Der Pinsel ist schon wieder kaputt? Ja, okay, dann bleibt das einfach unzwerflich. Sag mal, was machst du denn damit immer? Ich mal bloß das Boot. Siehst du doch. Ja, ja, ja. Okay. Dann bleibst du halt unfertig, ist nicht mein Problem. Wenn der einfach hier meinen Pinsel wegfrisst. Wollen wir jetzt zu, ähm, die Krieger gehen? Die Krieger? Und die bemalen. Die finden das nicht lustig. Die sind unten beim roten Obelisken. Beim roten Obelisken. Aber erstmal wolltest du doch den Fake haben. Ein Faker? Ich habe keine Ahnung. Den Typen, der hat eine Wetsch-Hütte und eine Schildkröte. Ja. Denen ist ein roter Erdjob, den will ich haben. Ich spiele diesen Server nicht mehr. Warum? Okay, dann mache ich ja kurz einen Cut, bis wir bei der nächsten Hütte sind. Okay. Nächste Base. Wieder Pink. Ich glaube, das wird ihm gefallen. Das sind ja die Freunde von Marvin, Lukas. Ob sie wiederkommen, wissen wir nicht. Oh, ja genau. Manni ist jetzt voll angepisst, weil wir ihn pink angemalt haben. Der sagt, er kommt nie wieder auf den Server. Ich könnte ihm eigentlich sagen, wenn er nie wiederkommt, dann kann ich einfach all seine Strukturen per Cheat-Befehl zerstören. Oder per Admin-Befehl. Weil, was flirte ich denn noch damit? Das wäre ein bisschen... Ja eben. Das wäre schon ziemlich scheiße, aber warum soll ich denn die Strukturen... Der ist nur ein Typ in einem Tribe drin. Und der ist einfach nicht mehr da reingekommen. Pech, ganz ehrlich. Kann er ja wieder wegmachen. Wenn man hier keinen Spaß versteht, ich meine, es ist hier nicht so, als ob wir jetzt hier rumlaufen. Per Cheat-Befehl irgendwie die Spiele jetzt hier versuchen kaputt zu machen. Nur, wir raiden. Nicht vielleicht das gewöhnliche Raiden, was man kennt, aber wir raiden. Ah, guck mal, ich sehe was, plötzlich. Hübsch. Danke. Und lass mal wieder die Schöne hin. Hübsch innen, in Richtung. Was ist da gerade hier drin? Wie viele Fragans hast du? Oh Gott. Oh Gott. Nicht mehr viel, ich muss gleich neue machen. Ah, Fackel, bitte. Ich sehe nichts. Ah, danke. Da ist noch was. So, war das alles? Ja, ist pink. Ich bin zufrieden, und ihr? Looks gut. Der neue Anstrich, der passt sehr gut. Kann ich eigentlich wilde Tiere anmalen? Nein. Schade. Das wäre cool. Die haben hier vorne noch andere Tiere. Also, ich kann die Tiere von anderen Spielern, die kann ich anmalen, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn die auf einem Neutral sind, ob sie sich dann wehren. Hey, wie das aussieht, ey. Hier. Das ist einfach mal alles so pink. Was? Hier drüben, wo ich bin. Oh, fuck. Das ist einfach so cool, dass es einfach so pink wird. Okay, ich mache noch kurz einen Cut. Bis zur nächsten Bude. Bis gleich. Oder, oder, warte, da ist ja noch was. Was ist von diesem Typen? Nee, das ist, äh, das ist tatsächlich von mir, angeblich. Tja. Lieber Faker, ein Dragoby ist nur echt mit Stern. Ich brauche mal Licht. Könnt ihr bitte Fackel anmachen? Danke. Ich muss ja das essen. Nicht kaputt machen. Boah, der Junge rastet richtig aus. So. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Die Tür sieht. Wenn ich das sehe, bin ich gleich viel entspannter. Ich werde viel ruhiger. Mein Herz klopft langsamer. Ich fühle einfach diese Ruhe. Es ist nicht mehr so schlimm. Genau. Es ist jetzt. Es ist noch ein Dragoby mit IE am Ende. So ein Big Guy. Ah, hier sind Spiele. Und was sind Spiele hinten? Wo ist das Spiele? Ja, das war mal unserer. Lukas hat ihn einfach weggegeben. Ja. Warte. Sind die auf neutral? Ähm, ja. Ich denke schon. Ihr probiert jetzt mein Kano aus. Weil wenn der mich jetzt angreift, während ich den jetzt hier pink färbe, dann... Ist ja nur anmalen. Ich denke nicht, dass er... Er ist nicht aggro? Okay. Ich habe eine Spitzhacke gefunden. Aus Metall. Hast du geklaut? Nein, wieder eine normale, die aus dem Erdholt da hinten. Okay. Eine gute? Ja, nee, eine normale. Normale, wie langweilig. Ich kriege immer normale Spitzhacken. Keine guten. Tja. Weißt du, woran das liegt? Woran? Ein Mauermeister. Weißt du, was das Beste ist? Wenn er diese Folge sieht, dann weiß er, dass du ihn auslachst. Ist mir egal. Ganz ehrlich. Das sagst du jetzt. Das ist... Das ist nur ein pinker Kano. Das ist... Es kommt immer in der Natur vor. Wie das... Wie das aussieht. Wie da einfach die ganzen Farben immer so nacheinander erst kommen. Das ist ein grundentspannter und netter Kerl, dieser Kano. Einfach weil er pink auf die Welt gekommen ist. Naja, vielleicht nicht unbedingt auf die Welt gekommen ist, aber... Es war halt seine Bestimmung, um eines Tages pink zu werden. Seht mal, wie stolz er da steht. Seht mich an, ich bin pink. Das will er sagen. Ich bin pink und ich bin stolz. Ah, warte. Da habe ich noch ein paar Stellen vergessen. So. So sieht ein stolzer Kano aus. Findest du noch die Schildkröte? Ah, scheiß Licht. Ich will ein Screenshot von dem Kano. Uh. 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 Oh Gott, das sieht doch gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde ganz feucht im Höschen. Ich glaube, den Kano lassen wir so. Das andere dauert mir zu lange. Okay, jetzt nochmal ein kurzer Cut, bis wir bei der nächsten Base sind. So, da sind wir wieder. Und wir haben direkt die nächste Base gefunden, die ein bisschen mehr Frieden braucht. Wir haben schon mal angefangen, weil ich habe voll verplant, den Synchro-Punkt zu machen. So. Ihr dürft übrigens wieder reden, ne? Das ist nur, dass ich klatsche. Ich muss das halt, ähm, den Ausschlag nachher sehen. Und wenn ihr da dazwischen quatscht, dann sehe ich das nicht. Mittlerweile habe ich auch Quinn, äh, ein bisschen Frieden verpasst. Er fühlt sich besser, seitdem. Ich sitze auf einem, auf einem Stuhl, ähm, auf einem Stuhl in ihrem Haus. Ja, ich, ich bin gerade schon dabei, die Base hier ein bisschen zu färben. Ach, du machst, äh, das Gehege oder wie? Nö, nö, das Haus, einfach das Holzhaus. Aber die heißen die Revolution. Warum sehe ich dich denn nicht? Ich bin doch hier beim Haus. Weil ich bei Genna bin. Warte mal, wer ist das denn? Das ist die Revolution, Play Set. Nee, ich bin gerade bei der falschen Base. Aber egal, hier ist ja auch einer. Ja, aber die ist unbenutzt, da geht eh keiner mehr hin. Die ist noch ein Bronto. Ach so, echt, die ist unbenutzt? Egal, ich, ich... Ist doch egal. Ja, dann lass dich einfach unfertig. Dann wissen die jetzt Bescheid. Ich war hier. Okay, dann sag mal die Koordinaten. Äh, ja, einfach gegenüber. Äh, das ist... Äh, 79, 22, 5. Das ist quasi genau gegenüber. Also doch auch auf der Insel. Nee, hä, da ist so eine kleine Fettschütze. Ach da, okay, ja. Ähm, große Holzbild? Oha, die sind aber groß. Hier bin ich. Oh, die sind groß. Hier, die stehen hier drinne. Die sind da drinne? Ja, die sind da. Okay. Okay. So, eine Botschaft hinterlassen. Hallo. Hallo, ihr Schnückelschchen. Selbstverteidigung. Eiskalt. Hm, Metall. What? Das blöde Ding, das disabelt immer die, ähm... Farben. Ich glaube, ich schlafe in ihrem Bett. Und sie können sich nicht wehren. Ich bin nur hier, um ein bisschen Liebe zu verteilen. Bitte nicht stören lassen. Oh, die haben Gunpowder. Wir klauen die doch nicht. Wir haben gesagt, das ist alles okay. Okay. Natürlich beklau ich die. Ah. Ist auf dem Raptor. Ist auf dem Raptor. Ah. Versteck mich. Sollen wir den auch pink anmalen? Aber dann wehrt der Raptor sich bestimmt. Ist... Oh, egal. Wenn ihr dich angreift, dann... So ist der Telling. Sehr schön. So ist der Telling. Gern geschehen. Ich hoffe, ihr findet da euch auch ein bisschen mehr Ruhe. So wie wir. Ja, klar. Ja, passt. Ist alles in Ordnung. Klar. Macht ruhig, macht ruhig weiter. Wir wehren uns auch gar nicht. Warum eigentlich nicht? Warum sagen die danke, ey? Die sollen sagen, ey, du Huren, so verpiss dich von meiner Base und mach dir nicht pink. Das ist so das Minimum, was ich erwarte. Genauso wie der Money eben, der sich... Dass es nie wiederkommt auf dem Server, weil wir den jetzt geärgert haben. Ich glaube, sie mögen den Frieden halt. Ja. Das sind halt so ganz friedliche Kerlchen. Finde ich gut. Gute Einstellung. Ich muss auf deren... Ach, du kannst einfach reingehen. Okay. Vergiss nicht, wenn die Tür zu macht. Sprengen. Haben wir einen Sprengstoff dabei? Nee, aber ich könnte die Vögel dann ja auf aggressiv stellen. Die würden uns dann hier rausholen. Ich springe meinen Vögel ganz kurz weg. Nicht, dass mein Vögel in dem ganzen Gemültel schirrt. Da bin ich gar keinen Bock da drauf. Selbst die Kisten. Ich finde das war klasse. Warte. So, die Leiter muss auch pink sein. Alles pink gefärbt. Wo ist das Dach denn? Ich bin gerade beim Dach. Gar kein Problem. Es nervt halt nur, dass ich immer wieder die... Einzelne Sachen wieder einstellen muss. Die Kisten. So, das hast du nun da drauf. Und sogar das... Warte, das Bett. Ich glaube, das so anmalen. Ja, genau. Und meinen kleinen süßen Affen an. Geht das nicht? Warte, Hervus, hast du Probleme? Und nur ein ganz normaler Hervus. Ich kann irgendwie das Bett nicht anmalen. Schade. Den Affen. Der Typ hat... Ah, er kommt hier mit Skorpion an. Oh, Junge. Dann male ich jetzt den Affen an. Der kommt den Skorpion nicht ins Haus rein. Also keine Angst. Die kann die Töne machen. Das allerdings wäre nicht so gut. Ich finde es klasse. Unsere Base ist ja auch schon in der pinken. Ja. So. Fertig. Ey, der Affe ist ja echt pink. Ey, der bewirft mir Scheiße. Oh Gott. Ihr werdet offiziell lieb gehalten. Fühlt euch geknutscht. Ey, mein Vogel. Hast du den Vogel gerade aus? Ja. Okay. Ich habe die Falltürluke da noch nicht angemalt. Ich gehe mal ins Tiergehege und verbreite da ein bisschen Liebe. Jo. Oh Gott, wenn die jetzt ihre Tiere hier irgendwie auf Akku stellen. Ja, da passiert gar nichts, weil ich aus draußen bin. Das ist ja auch Abwehrmauer, aber die Abwehrmauer bringt irgendwie gar nichts. Ich kann auch trotzdem aus dem Gehen. Sie können sich ja wehren. Sie können jetzt Kanonen schnappen und uns töten, weil wir das hier machen. Die haben aber keine Kanonen. Tja. Oh Gott. Dann sollen sich halt ihre Tiere auf uns setzen. Die lassen das einfach so über sich ergehen. Das ist halt krass. Sorry, das war nicht mit Absicht. Ich habe aus Versehen diese Rolle gemacht. Durch den Affen anschießen? Nein. Dann wehren die sich vielleicht. Na gut. Aber nur so ein bisschen. Betäuben oder so. Betäuben. Nur ein bisschen. Ein bisschen anschießen. Okay, ich gehe jetzt hin und betäub den. Boah, ey, diese Fahrpistole, die ist so schnell leer. Ey, der wirft mich mit Kacke ab. Ach so, verdient, ey. Ey, ich sehe nichts, ich bin vergiftet. Was? Oh Gott. Wo bist du? Bist du im Haus? Ey, jetzt greift deren Raptor mich an. Endlich. Ein bisschen Spaß. Oh, der Affe, wie es aussieht. Oh, der ist voll süß. Ey, ist der betäubt? So süß, wie du den Scheiße schmeißt. Der ist voll pink. Und dann ist der... Oh Gott. Du bist so schön pink. Ja, ja, dann liegt der da auch so und dann muss er mit der kleinen Hand so... Wie viel Leben hat der noch? Er hat noch... 250. 200. Aber einen vollgezogenen Bogenschlag sollte er nicht mehr überleben. Nur mit ganz viel Glück. So, ich versuche es gerade mal ein bisschen mehr mit dosierten Sprühen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt das Gehege reingehe und ein Tier anmalen möchte, dass die sofort auf Agro stellen und mich dann töten. Ach, schade. Ich wollte hier gerade diesen Tyrannodon anmalen, aber das ist ja deiner. Der ist schon rot. Ich wollte den pink malen. Wir könnten ja mal, wir könnten einen pinken Airbus, also wir könnten die Mate in unseren grünen und den roten Airbus, dann könnten wir den pinken Airbus machen. Den kannst du gerne in der Folge malen. Nein, ey, wenn das geplant ist, ist es ja do. Das soll ja ein Surprise-Attack sein. So. Ich hoffe, die sind zufrieden. Pass auf. Das ist pink. Hammer, wirklich. Oh, wie schön. Okay. Fehlt noch jemand? Ich weiß noch, wo noch eine Base ist. Ciao. Ich nicht. Die sind ja schon angemalt worden. Da hinten, ähm. Da müssen wir noch ein ganz kleines Stück fliegen. Ich habe Schnurkelchen falsch geschrieben, schade. Tja, ist mir noch doof. Der Bronto, der muss pink gefärbt werden. Hier steht einfach ein Boot an Land, ne? Da steht einfach ein Bronto, der ist noch nicht pink. Hier steht ein Boot an Land. Wo ist der Bronto? Hier steht ein Boot an Land. Bin ich irgendwo im falschen Film? Ja, da, bei dieser, ähm, Gana-Base. Achso, da. Äh, Gana? Ach, die gehört. Das ist ja auch manchmal online, glaube ich. Äh, dieser Gana ist bei uns im Tribe mittlerweile. Ja? Ja. Aber dann haben wir trotzdem einen pinken... Bronto. Ich will einen pinken Bronto sehen. Einen großen pinken Bronto. Ich komme jetzt in dem Haus was zu essen. Ja, die haben viele Lagerfeuer. Und ein paar Stühle. So, jetzt ist das ein richtiger Peniskopf geworden. Was? Wenn man sich den Bronto-Kopf mal so genauer ansieht, dann ist das tatsächlich voller Penis. Ja, wo ist der Bronto-Kopf? Den sieht man doch gar nicht. Der ist auch im Stein drinne. Ich sehe den hier in der, ähm, Einfärbung. Wo einmal den Stein kaputt machen. Pink. Haha, Bronto. Oh Gott. Warte. Warte, geht mal auf eure Vögel. Den ditchen wir mal an, dass der sich mal ein bisschen bewegt. Und bei dem zu den anderen Docken? Bereit? Ich habe den heute schon. Warte, ich bugge hier gerade zwischen den ganzen komischen Campfeiern. Ey, der steht auf Passiv. Nope. Oh, doch nicht. Um roter Airbus. Äh. Komm, haut ab. Wir wollen den nicht, äh, weg. Wir wollen den nicht kaputt machen. Jawoll, pink. Pink. Wie das, wie das aussieht, ey. Der war so ein riesiger pinker Bronto. Da, der jagt noch. Aber den Quest. Äh, wir könnten noch. Wir könnten da noch zu Midikiddy, oder? Ähm, zu Midikiddy, oder? Midikiddy ist mit Benjamin, oder? Wo ist der? Nein, die sind... Benjamin ist jetzt irgendwie wieder alleine. Oder so. Ja gut, dann, ähm, die Folge wird eh schon mit extremer Überlänge. Ich mache noch kurz einen Cut. Da oben ist er. Hier unten. Wo? Hier unten. Wo unten? Ein anderes, anderes unten. Ah, da ist. Das ist eine Base. Das andere unten. Hi, ihr Süßen. Oh Gott. Ich bin gekommen, ein bisschen Liebe zu versträuben. Oh Gott, Alter. Da muss ich überhaupt nicht denken. Oh nein, man muss es nicht treffen. Mein Liebesbringer ist schon aufgeladen. Und zuerst trifft es den hier. Läuft die Aufnahme? Nein. Doch, eigentlich schon. Durchgehend. Ach so. Naja, ich muss jetzt gar nicht einfach, ähm... Einfach gucken, wo das dann ist. Ich schnall den Trike hier schnell pink fähren. Ich bin da, wo ich aber schon wieder aufdach bin. Eiskalt. Beschützt ihr mich? Ja. Ja. Also wenn er irgendwelche Sachen versucht, dann knall ich ihn ab. Headshot. Marvin Headshot. Wenn beide gleichzeitig schießen, dann ist er tot. Der eine zerfetzt seinen Helm und der andere... ...zerfetzt sein... Bin off. Mann, die haut ab. Hat keine Lust mehr. Der Shot ist halt angepisst, weil er... ...gepinkt worden ist. Also mich hat es ja nicht gestört, also... Ja, jeder, der ein bisschen Spaß versteht, den stört das nicht, aber... Gibt halt auch die, die halt, ähm... ...sofort rumholen. Ja. Aber es passt doch irgendwie zu unserer Brutstation, dass sie pink ist. Ach, scheiße. Ich hab vorher nicht gewusst, dass ich auch, ähm... ...eure Tiere pink anmalen kann, sonst hättet ihr jetzt den pinken Rex. Na, mal sehen. Mal sehen. Vielleicht irgendwann danach. Wenn ihr euch nicht wehren könnt. Vielleicht komm ich sogar halt mit Godmode und mal einfach eure... Ich glaube, ich stelle auch noch Pflanzen auf der Brutstation. Wie gesagt, ich komm mit Godmode. Nee, ich kann nicht mit Godmode sowas machen. Das ist ja... Das ist ja hier eigentlich ein offizieller Raid. So. Ja, das... Oh, cool. Die haben hier einen Trog mit Bären. Schauen wir einfach mal ein paar. Sorry, Winnie, Kitty. Wollte einfach nur ein bisschen was zu essen haben. Nice, galt. Alles anmalen wieder. Oh, Gott. Betäuben und anmalen. Warte, ich krieg hier nicht... Ich krieg hier nicht ins Pinke. Soll ich denn jetzt betäuben? Dann bleibt er stehen. Ach, Mann. Der falsche Pinsel war ausgewählt. Nein, ich will nicht. Hilfe. Er macht mich an. Er will nicht zur pinken Seite der Macht. Kant, trai dich zur pinken Seite der Macht. Komm schon. Lass dich von mir ein bisschen bezaubern. Oh, das war's... Oh, das war gemein. Den will ich doch wehren. Das ist doch Minikiri halt. Den juckt es nicht. So, er ist ungefähr, wie das aussah. Wo ist der? Wo, 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 wo? Weg, 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 weg. Martin. Warte, was los war. Das leckt leider voll, wenn ich Menschen male. Ich male dir ein paar Nippel. Oh, da schießt jemand auf mich. Nee. Ich hab gerade... Ich hab's... Ach nee, ich hab nur den... Okay, rosa Gesicht und ein paar Nippel reichen aus für den. Müssen sie nicht übertreiben. Wie fühlst du noch? Nee, es dauert einfach nur unendlich lange, wegen den Legs dabei. Okay. Und hier war die Base komplett pinken. Sorry, warte. Das ist eine Botschaft an alle. Upgrade langsam mal auf Metall. Weil es jetzt eh alles pink ist. Ah, wenn ich unter Wasser bin, kann ich nicht mehr malen. Schade. Dann vielleicht... Hallo, Lukas. An der anderen Seite geht das gerade noch so? Nee, ich glaub nicht. Was ist da los? Der Lukas ist da. Okay. Äh, ich wurde gerade angestupst. Bin wieder da. Ja, Lukas, schön. Rede doch mal. Oder bist du immer noch auf Wache? Nein, ja, ich bin immer noch wache, Mann. Wir haben eine tolle neue Art, das Spiel zu spielen, entdeckt. Du bist halt so viel Liebe. Ich mal alles pink an. Das ist wunderschön. Und keiner wehrt sich. Weil die werden alle ganz friedlich bei so etwas, weißt du? Das freut sie innerlich. Das ist kein Wunder, dass hier nix pink wird. Oh. Oh, was war das denn? Warte. Oh. Boah, ist das so weg. Also, bleib mal mit still, Manni. Du musst nen Screenshot davon machen. Und von seinen pinken Lippeln. Jetzt noch mal ein richtiger. Mit dem gelben Trike. Das ist so cool. Lukas, ich komme gleich. Nee, gleich. Ich sprue ich eine Runde ohne mich. Schmachkost, deren Tyrannodon pink. Hidri. Hackfresse. Oha. Voll unfreundlich. Warum heißt der Hackfresse? Was? Er kriegt es wahrscheinlich nicht mal mit, dass er pink in den Pferd hat. Oha, Junge. Wie flachst du denn noch davon? Jetzt nur noch fünf Stück. Nur noch fünf Stück. Ja, und die Nacht ist noch jung, ne? 22 Uhr. Ja, du musst warten, das ist viel zu dir. Oh, und geh Party. So. Finke. Finke Party. Tyrannodon ist pink. Wie das aussieht. Ah, da oben geht es weiter. Wieso sagt mir das denn keiner? Ey, sein Haus ist offen. Ich gehe rein und klaue ihn. Das ist aber echt uncool von dir. Genau. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist voll uncool von dir. Nachher, nachher hätten wir. Du kannst nicht einfach auf einen PvP-Server einfach hier Sachen klauen. Das geht doch gar nicht. Doch. Ah, ich falle. Ich nehme seine Pflanzen weg, mit denen er nichts mehr machen kann. Hier ist ein Ei. Ich drohe das recht aus. Ja, das würde ich nicht nehmen. Nein, doch. Die greifen sich nicht an, wenn die gezähnt sind. Hier ist 95 mehr Time, das Möcki. Oh, Narkotiks. Die nehme ich hier nicht. Das Barkpowder nehme ich auch. Was ist das gemein? Oh, hier sind so viele Tiere im Weg. Ich komme gar nicht mal mehr an der Base weiter, um hier ein bisschen Sachen rumzumalen. Weil ihr alles den Weg stellt. Okay, hast du erledigt. Herz nicht erledigt. Ich komme mit. Lass mir die Base von der PvP mit Greg auch pink malen. Der ist doch schon lange nicht mehr online. Der ist doch endgültig vertrieben. Ja, der arme. Ah, guck mal, da ist sogar noch ein bisschen was. Der arme YouTube Greg. Ich will deine Kisten pink färben. Du musst nur rum rein. Ups. Das Problem ist, da ist eine Wand, die kriege ich einfach nicht pink gefärbt. Es stört mich in meinem Ästhetiken-Empfinden. Okay, es ist pink. Was? Die haben oben zugemacht. Jetzt ist sie pink. Ich störe gerade in den Frieden. So. Gut, ich glaube. So, ich habe etwas getötet. Lecker. Trage, wie hat dein neues Spielzeug? Ja, euch. Ja, Entschuldigung. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles ist pink. Die ganze Welt ist endlich friedlich geworden. Es gibt keine Bösartigkeit mehr auf meinem Server. Alle sind freundlich. Alle sind friedlich. Allen geht es gut. Alle haben diese innere Ruhe in sich, weil alles pink ist. Wenn du auch pink bist und es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über den pinken Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es nicht getan hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, was gut. Ciao.